Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem sehr, sehr sportlichen Interview der Woche. Heute bei uns zu Gast zwei Handballerinnen von Grün-Weiß-Schwerin, nämlich Julia Kretschmer und Laura Wichmann. Schön, dass ihr da seid, dass ihr die Zeit gefunden habt. Nicht ganz so selbstverständlich, ihr habt gerade jede Menge zu tun. Ja, das stimmt. Wir haben gerade ein gutes Pensum, trainingsmäßig natürlich. Wir haben einiges vor in den nächsten Wochen und deswegen sind wir, denke ich mal, auch hier. Ja, genau, ihr habt einiges vor und zwar Aufstiegsrunde, zweite Liga. Ihr seid Zweiter in der dritten Liga geworden, dritte Liga Nordost. Handball, also für alle, die es nicht wissen, wir reden über Handball. Erstmal Glückwunsch dazu, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt. Was sagt ihr prinzipiell erstmal zur Saison, euer Fazit? Zweiter Platz natürlich top, Aufstiegsrunde, sensationell. Ja, also die Saison verlief sehr gut. Irgendwie ist die an uns vorbeigezogen, habe ich das Gefühl. Die ging so schnell um. Wir sind jetzt alle so krass, jetzt geht es irgendwie schon los mit der Aufstiegsrunde. Wir haben uns super eingespielt, als Team zusammengefunden und ich glaube, wir können stolz auf das sein, was wir geschafft haben. Wir sind Zweiter geworden, letzten beiden Jahre Dritter geworden. Jetzt haben wir gesagt, naja, Aufstiegsrunde könnten wir auch mal machen. Dafür müssen wir Zweiter werden und hat gleich geklappt. Und ja, deswegen sind wir, glaube ich, alle glücklich, dass jetzt so weitergehen kann, noch ein paar Spiele. Ja, soll's auch. Genau, Laura, ihr seid beide Mannschaftskapitäninnen. Warum gibt es zwei? Ja, das ist mit der Zeit so gewachsen. Also jeder hat irgendwie seine Aufgaben bekommen. Wir sind auch beide die dienstältesten in der Mannschaft und wir ergänzen uns da auch immer ganz gut und deswegen haben wir quasi zwei Kapitäne. Was sind denn da dann die Aufgaben? Also seid ihr beide jetzt besonders gefordert für diese Aufstiegsrunde, die vor euch liegt? Ja, schwierig zu sagen. Also ich denke mal emotional auf jeden Fall. Also wir werden das Team natürlich mitreißen, aber viele sind natürlich auch schon absolut heiß auf die Aufstiegsrunde. Wir freuen uns natürlich alle, aber trotzdem heißt es natürlich auch einen kühlen Kopf bewahren und nicht überpesen, wie man immer so schön sagt. Ja, weil es liegen jetzt auf jeden Fall schon mal im Mai vier Spiele vor euch. Also das ist schon mal ganz sicher, denn genau das ist die Aufstiegsrunde. Vier Mannschaften gibt es, vier Spiele, also fünf Mannschaften, vier Gegner habt ihr, also vier Spiele. Die ersten beiden sind Auswärtsspiele und dann habt ihr zwei Heimspiele. Es gibt nicht Hin- und Rückrunde, sondern diese vier Spiele und dann solltet ihr was geschafft haben. Dann sollten wir entweder den ersten oder zweiten Platz erreicht haben, damit wir direkt für die zweite Liga qualifiziert sind. Erreichen wir den dritten Platz, dann geht es für uns noch mal weiter. Dann spielen wir noch mal eine Relegation gegen einen Zweitligisten, Hin- und Rückspiel und wenn wir das dann geschafft haben, auch dann haben wir es in die zweite Liga geschafft. Da würden wir uns natürlich alle riesig drauf freuen. Also Ende Mai wissen wir dann auch schon mehr. Jetzt ist das natürlich zweite Liga auch ein riesiger Reiseaufwand. Also das kriegt ihr dann jetzt ja schon in den Aufstiegsrunde mit, dass ihr ein bisschen weiter reisen müsst, als vielleicht sonst normal. Kann man das alles so nebenbei schaffen? Weil jetzt muss man auch sagen, dritte Liga, Handball bei den Frauen. Es ist nicht so, dass ihr da mit Geldern zugeworfen werdet. Also ihr arbeitet. Ihr habt einen ganz normalen Job, fünf Tage die Woche und dann auch noch den Handball quasi nebenbei. Ja, also es ist schon echt nicht einfach, aber das haben wir jetzt in der dritten Liga ja auch und ich muss sagen, es ist ein bisschen Einstellungssache. Also der Großteil von uns arbeitet 40 Stunden die Woche. Manche sind auch noch in der Ausbildung oder gehen zur Schule, aber wenn man das macht, dann macht man das, weil man Spaß am Handball hat, weil man das liebt und wir sind auch eine tolle Truppe. Deswegen, glaube ich, macht das umso mehr Spaß. Jetzt Aufstieg in die zweite Liga würde natürlich noch mal bedeuten. Ein paar Auswärtsfahrten sind weiter. Die zweite Liga ist deutschlandweit. Es gibt keine Nord- oder Südstaffel. Und na gut, da muss man halt wissen, na vielleicht, wir fangen jetzt an mit Schotzach am Wochenende. Wir reisen am Freitag an, spielen Samstagabend und fahren Sonntag zurück, dass das nächste Saison dann vielleicht ein, zwei Mal häufiger vorkommen könnte. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Aber wir haben mit allen vorher gesprochen und alle haben gesagt, ja, ist egal, wir verbringen eh so viel Zeit miteinander. Wir haben da Bock drauf. Dann eben auch noch ein bisschen mehr Wochenenden. Wie ist das mit den Arbeit, mit euren beiden Arbeitgebern? Du arbeitest bei der Kriminalpolizei, du bist bei der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft als Immobilienkauffrau. Unterstützen euch eure Arbeitgeber bei diesem immensen Zeitaufwand, den der Handball dann eben auch so fordert? Ja, also wir sind jetzt nicht die Personen, die zu unseren Arbeitgebern gehen und sagen, ey, wir spielen Handball und gib uns mal ein bisschen mehr frei. Nimmst du lieber Urlaub freiwillig? Genau, tatsächlich ist auch eine Einstellungssache, das kommt tatsächlich auch vor. Wir machen das dann, glaube ich, eher so, wir haben Gleitzeit, wir beide, das ist unser Vorteil, da kriegt man das mit den Trainingszeiten ganz gut hin und man meldet sich dann das eine Mal mehr, wenn man Zeit hat zu arbeiten, für ein paar Extraschichten zum Beispiel, um dann vielleicht mal an anderer Stelle freizukriegen, wenn man es dann eben braucht. Ich glaube, wir haben Kollegen, die sind zum Teil auch in der Halle, die verstehen das, die unterstützen das und deswegen kann man da im Zweifel auch immer mit Unterstützung rechnen tatsächlich. Wie ist das bei dir, Laura? Also bei der Polizei, klar kann man eben Extraschichten schieben, Extraschichten gibt es bei dir nicht, ne? Ne, Extraschichten habe ich nicht, aber ich bekomme das auch trotzdem alles gut geregelt, dank der Gleitzeit. Ja, allerdings kommt bei dir jetzt, glaube ich, noch ein Studium dazu, ne? Sozialmanagement. Ja, ich studiere auch gerade noch nebenbei, was die Sache nicht unbedingt immer einfacher macht, aber dann werden die Sachen halt am Wochenende mit im Bus genommen und dann muss das auch irgendwie funktionieren. Also das ist schon wirklich mega Zeitmanagement, was ihr dann habt. Du bist seit 2011 im Verein, also etwas länger als du bist seit 2018, Dezember 2018 im Verein. Du giltst quasi als Nachwuchs, ne? Du bist, glaube ich, mit 13, 14 oder so bist du zum Verein gekommen. Der Nachwuchs, also eure Mannschaft, Kader, 19 Spielerinnen, 17 aus dem eigenen Nachwuchs, wie gesagt, da zählst du dazu. Wie wichtig ist die Nachwuchsarbeit für den Verein? Wichtig, nehme ich dann an, ne? Ja, sehr wichtig. Also das war halt auch immer mit eine Promisse oder so, dass wir sagen, wir wollen den Aufstieg in die zweite Liga aus eigener Hand schaffen. Wir holen uns nicht die Spielerinnen von sonst wo her und nehmen dafür auch sehr viel Geld teilweise dann in die Hand, sondern wir wollen es aus eigener Kraft schaffen. Jetzt haben wir es geschafft, zumindest den ersten Schritt und jetzt gilt es halt, den zweiten Schritt noch zu machen, um uns dann in der zweiten Liga zu sehen. Ja, ihr kriegt ja den Nachwuchs auch so ein bisschen mit, weil ihr in derselben Halle trainiert, teilweise zu ähnlichen Zeiten oder ihr löst euch ab. Was sagt ihr so zum Nachwuchs? Also der ist super erfolgreich. Also bei zwei Teams kann man es schon mal sagen, die A-Jugend hat den DHB-Pokal gewonnen, also es ist der bundesweite Pokalwettbewerb. Den haben die gewonnen, ein Wahnsinnserfolg und die D-Jugend ist Landesmeister geworden. Also sieht man auch, seht ihr das auch, dass da richtig toller Nachwuchs nachkommt für euch, für eure Mannschaft dann? Ja, definitiv. Also wenn man sich die Halle am Wochenende anguckt, also da rennen super viele Kinder durch die Gegend, was natürlich immer super schön ist. Und wenn wir dann gewonnen haben, also dann gehen wir schon fast unter auf dem Foto, weil so viele Kinder immer mit aufs Bild wollen, worüber wir uns natürlich auch total freuen. Weil letztendlich ist es ja das, wo sie alle irgendwann mal ankommen sollen. Ich habe vielleicht auch noch eine kleine Anekdote dazu. Tamina Kugler ist jetzt auch seit neuestem mit bei uns im Trainingsbetrieb eingestiegen. Die habe ich damals noch trainiert in der E-Jugend. Jetzt spielen wir beide zusammen und ja, das ist das Ziel, sage ich jetzt mal. Genau so, also du bist zwar erst seit 2018 im Verein, aber trotzdem hast du natürlich schon wahnsinnig viel auch in diesen Jahren miterlebt. Das sind ja jetzt auch schon knapp sechs Jahre, also da erlebt man schon so einiges. Jetzt habt ihr beide quasi schon zugesagt, bis 2025 definitiv im Verein zu bleiben. Warum schon jetzt die Zusage für diesen längeren Zeitraum? Also letztes Jahr hattet ihr da schon zugesagt. Ja, einfach um dem Verein auch zu zeigen, dass die Arbeit, die der Verein macht, eine sehr, sehr gute ist, dass wir uns da wohlfühlen. Und dass man, man muss ja sagen, der Schritt zweite Liga ist ein sehr, sehr großer Schritt, den der Verein auch machen muss. Also es ist ja nicht nur, wir müssen uns sportlich qualifizieren, sondern da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Der finanzielle Aufwand zur zweiten Liga, das ist ein Riesensprung. Und wenn dann da nur Leute sind mit einem Einjahresvertrag und dann wird aufgestiegen und dann sagen alle, tschüss, wir gehen wieder. Dann steht der Verein da, oh, jetzt haben wir irgendwie so viel investiert und alle sind wieder weg. Und wir wollen den Weg gemeinsam gehen und haben dem Verein gesagt, wir sind dabei, wir gehen den Weg auch weiter. Und deswegen sind wir bis 2025 dabei. Und ich denke mal, für einige ist der Weg dann auf jeden Fall auch nicht vorbei. Ja, und vor allem soll der Weg natürlich auch für dich ganz besonders in die zweite Liga gehen. Du hast gesagt, du möchtest gerne zweite Liga spielen, bevor du 30 wirst. Ist also jetzt, du bist 28. Ich habe Druck. Es wird knapp. Also ihr müsst im Prinzip diese Aufstiegsrunde jetzt auch erfolgreich gestalten. Ist das so ein zusätzlicher Motivationsschub? Ja, ein kleiner zusätzlicher schon, aber ich glaube, ich brauche gar keinen. Ich bin von der fünften Liga damals in die dritte Liga gekommen. Ich könnte jetzt sagen, so ein bisschen Dorfverein und jetzt habe ich die Möglichkeit, zweite Liga zu spielen. Das ist schon echt krass und es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Nicht nur für mich, für die ganze Mannschaft ja eben auch. Und wenn der jetzt in Erfüllung geht, dann kann ich noch ein bisschen länger zweite Liga spielen. Hoffentlich, als wenn wir nächstes Jahr dann vielleicht erst aufsteigen. Deswegen, klar, ist das zusätzliche Motivation. Das erste Aufstiegsspiel ist jetzt am Samstag, genau, 4.5. gegen SG Schotzach-Bottwartal. Genau, und dann spielt ihr auswärts gegen Rostock am 10.5. Dann spielt ihr endlich zu Hause am 18.5. Können wir natürlich die Zuschauer auch nochmal aufrufen. Wobei, die Halle ist immer voll, ne? Ja, tatsächlich haben wir super viel Unterstützung. Die Halle ist immer brechend voll. Deswegen freuen wir uns schon auf die Aufstiegsspiele. Also gerade zu den letzten Heimspielenplatz, die Halle immer aus allen Nähten. Und wenn es jetzt Aufstiegsspiele sind, oh Gott, ich mag mir gar nicht vorstellen, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wie viele Leute in der Halle sind. Freuen wir uns sehr drauf. Wie ist das? Gibt es jetzt schon Karten für die beiden Heimspiele der Aufstiegsrunde? Weißt du das? Es geht jetzt bald los, sagen wir es mal so. Also die Vorbereitungen laufen und wir freuen uns über jeden einzelnen Zuschauer, der den Weg in die Halle findet. Ja, also würde ich sagen, da braucht man gar nicht so wahnsinnig stark aufrufen. Aber ich würde sagen, für den 18.5. und den 25.5. die beiden Aufstiegsspiele dann in der eigenen Halle. Wer da Karten haben möchte, also regelmäßig bitte nachschauen. Ich glaube, auf eurer Facebook-Seite findet man immer die aktuellen. Oder Instagram. Genau findet man die aktuellen Daten. Also nachschauen, denn die Tickets wird es nicht allzu lang geben. Mit Sicherheit ausverkauftes Haus bei beiden Spielen. Euch herzlichen Dank, dass ihr die Zeit hattet, zu uns zu kommen. Und natürlich toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen, dass ihr es schafft, die Aufstiegsrunde erfolgreich zu gestalten. Und dann nächste Saison wir gemeinsam zweite Liga mit Grün-Weiß-Schwerin. Danke fürs Zuschauen und gerne auch in der Halle vorbeischauen und Grün-Weiß-Schwerin unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020